Wie lange brauchen deine Mitarbeiter, um das Boot komplett fertigzustellen? Also diese ganze Steueranlage zu montieren, die Schrauben, alles fertig zu machen. Wie lange dauert sowas? Insgesamt brauchen wir ca. 4 Stunden, um ein Karrier komplett fertigzustellen. Eine Stunde in der Maschine, eine Stunde für das Zuschneiden und Polieren und ca. 2 Stunden, um alles darin zu befestigen. Also 4 Stunden für ein Karrier.